Drei, er ist pisst. So. Der ist es schon. Ja, geht doch. Ja. Und sonst sterben wir immer, wenn wir runterspringen. Ja, ja, ja. Jetzt kann man ja nicht noch was, ne? Ne, ne, ne. Äh, ne. Stimmt, jetzt macht er sein eigenes Schiff kaputt. Aber diese kleine Pätze. Ja, das ist die Wiimose. Dass er so heftig vibriert. So, jetzt kommt das heftigste, der heftigste. Ja. Die Lachen. Na komm. Bam. Schon wieder ein Schiff kaputt. Ne, ne, das wird teuer. Diese kleine Heulsuse. Wollt ihr uns drohen? Wir klauen gleich dein Schiff, pass auf. Ja. Stell dich schon mal mental drauf ein. Ja. Und fühl sich. Eine Wolken. Wenn ich dich die ganze Zeit wegkicke. Eine Wolkenbrücke. Mein Gott. Auf in den Nebel. Ja. Der anscheinend ja gar keinen Sinn hat. Weil, warum ist der Nebel da, wenn man da einfach durchlaufen kann? Hm. Hallo, Peach. Hm. Luigi. Oh mein Gott, die sagt sogar deinen Namen. Ja. Ich mein, schon im ersten Spiel hat die sich bei Luigi bedankt nachher. Ja, stimmt. Also irgendwie ist... Magma-Arschlossgrad. Das ist Luigis-Generation. Ach, stimmt. Das war ja das. Wow. Nicht auf mich, bitte. Okay. Ach, verdammt. Da ist Lava. Lass mal reinspringen. Haha. Was? WTF? Ist das schwierigste Spiel der ganze Welt? Ich kenn WTF nicht. Ich mein auch. Das heißt, man mag mal Schlossgraben. Guck mal. Können wir da oben hoch eigentlich? So, das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir können hier hoch. Aber da ist nichts. Ja, ich glaub, da ist Feuer. Ja, glaub ich auch. Verdammt. So, jetzt müssen wir langsam eine Mache. Wow. Ja. Komm, 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 komm. Verdammt, das war schlecht. Da kam was zurück. Ja. Boah, der wollte sich verstecken, der Koopa. Warum hat Springen nicht funktioniert? Ach, den Koopa hätte man mitnehmen müssen. Ja. Okay. Da kann man irgendwie auch oben rum. Ja, hier. Ja, man ist es. Ein Hoch auf Luigi, dass der so hoch springen kann. Ja, aber ich hätte auch so hoch springen können, aber ich hab lieber ganz cool auf dein Kopf springen gemacht. Auf mein Kopf springen. Haha. Du bist auch nicht viel besser gewesen. Ich hatte nicht immer eine Chance dazu. Okay, das war ja doch einfacher. Na ja, doch, stimmt. Das war ja noch einfacher. Ich glaub, jetzt gleich wohl man in dem Lava-Gedöns hängt. Ich glaub, das war das ist davor, oder? Das da hinten? Oder da oben? Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, entweder das war das hier. Oder das da oben. Ja, entweder das war das hier. Wo von links alles kam. Und wo. Ach ja. Wo hier nur x Leute drauf sein dürfen. Werden wir eigentlich mitzahlen? Nein, nein, wir werden nicht mitgestellt. Schön, dass du jetzt kommst. Kommt man da oben lang? Nö. Nicht? Nö. Da kamen die Coins und die Dinger. Ah, natürlich. Guck mal grad raus. In der Zeit stirbst du nicht. Also die Animation war von dem in World da wirklich besser. Schön, dass die nicht runterfallen. Doch. Ah. Weiße. Ja, äh. Ja, die kleinen müssen auch weg. Wie soll ich da dran kommen, bitte? In die Münze. Ach so, mit dem Cooper. Achtung! Ha, ich werfe dagegen. Verdammt. Ach, Mumfy ist da. Genau, wir laufen einfach mal so weiter. Nein! Nein! Ja! Ja, ich weiß doch, da war ich Kopf drauf! Die Münze ist so groß. Die bietet sich da an. Aber sonst hätte ich das auch nicht mehr geschafft. Ja, 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 ja. Heiß genug? Muss auch mal was trinken. Genau, erstmal volle Kanne laufen, ohne zu gucken, ob da irgendwas kommt. Aber lass mal volle Kanne hinkaufen. Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hätt's geschafft, wenn da nicht jemand gewesen wäre. Echt? Scheiß Lava Ball. Genau wie die. Boah, scheiß! Ey, komm, wenn wir hier noch die acht roten Münzen schaffen, dann... Äh, Warnen 2. Scheiß egal. Hier wird jetzt nichts für eingesammelt. Hier geht's jetzt noch ums Überleben. Ach so, danke. Jetzt hab ich gesehen, wo ich war. Ich verschwinde in die Lava. Okay, aber zum Durchjumpen ist das Level cool. Ich glaub, jetzt kommt's. Ja. Oder kommst du jetzt? Jetzt danach? Ne, ich glaub, eins kommt noch. Und dann... Weil ich glaub, oben ist das Level... Ja, da oben. Ja. Jetzt kommen wir also. Stromschlag oder Magma-Bad? Das hört sich nicht gut an. Wasserfall. Jetzt auf, weil das es hier in jedem Level am Anfang Power-Up gibt. Ach so. Ach so, haha. Ach ja, du kannst ja auch so. Nein, ich muss gleichzeitig noch steuern. Ja. Und springen. Geh rein. Die Lava steigt. Ach so, dafür war das. Wir müssen weiter, nein? Die Lava steigt. Ach so! Ich dachte, ich probier's mal aus. Aber vielleicht, wenn ich ganz rechts gestanden hätte. So, Freddy, die Lava mal ein. Wir müssen. Boah, was war das? Das nennt man... ...ein Paket. Und möchte nicht mal mehr damit reinlassen. Nein. Nein, ich kann nicht! Ihr geht tot! Boah! Ich habe nicht geoffen. Nein! Nein! Ach so, das geht automatisch dann kaputt. Ja. Ja, ich stehe. Ja, die Lava killt auch die anderen Gegner. Boah, scheiß auf den Pilz. Ganz ehrlich. Scheiß vor allem auf die Münzen. Und jetzt geht's los. Und... Ja, und... Verdammt! Und... Ja! Shit. Boah, jetzt waren wir nicht mehr absichtlich. Das kommt so, Mann. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir vor allem das Level immer wieder machen. Hm. Sterben. Wir werden sterben. Oft sterben. War das hier schon Bowser? Ja. Nee. Doch, das war Bowser. Echt? Ja. Da kommt nicht umsonst speichern. Hm. Ich glaube auch. Die letzte Schlacht. Wir hätten Items verballern können. Scheiß drauf! Ach so, ich wollte jetzt gerade nicht mehr. Ich auch! Aber stimmt, der macht ja das da. Hier, guck mal, das kann ich machen. Ja. Ach so, das kommt wieder. Darauf sollten wir machen. Juhu! Scheiße! Scheiße, dass das nicht gescriptet ist. Juni, Juni, geht gut ab. Ich weiß, wir sind schnell. Hm. Warum schütteln wir eigentlich ganz? Ich hab die Hoffnung, dass das Spiel dann schneller macht. Außerdem lockern wir unseren Arme für. Den Tote! Okay. Hm. Geil! Ja, ich hätte keinmal mehr davon gesehen. Ja. Da war es geil. Kann ich schätzen. Ja, beim ersten Mal ging das mit seiner Einführung. Ja, also jetzt wirst du mir warten. Hm. Ach so, ich dachte, die gucken wieder hoch. Er macht wieder seine Einführung. Nee, nee. Oh, Arschloch. Hallo. Ich komme. Ja. Per Schnellblasenpost. Jawohl! Mein Gott. Äh, ich bin auf dem Besprung. Warum nicht? Wir gucken. Weil das Spiel alles noch zum letzten Level. Das heißt... Die rennen und... Oh, ja. Mein Gott. Die Privattoilette. Hm. Da. Ich hab uns mal 250 Sekunden um links in der Ecke geholt. 250? Ja, natürlich. Ja, okay. Ist angemessen. Ach, rein, Vorsicht. Jetzt kommt ja noch genau das hier. Wo wir auch einfach warten können. Stimmt, das haben sie auch aus dem Original geholt. Da hat er auch Feuer gespuckt. Ja, natürlich. Zwar erst später, aber da hat er auch Feuer gespuckt. Ach, nee, wir müssen anhalten. Ja. Ich wollte jetzt einfach so oldschool einfach durchrennen. Warum machst du das? Laufen. Puh. Okay. Beim letzten Mal ist er höher gesprungen. Ja, vor allem vorwärts. Nee, ich glaub gerade hoch. Oh. Aber man konnte locker durchrennen. Sag nicht, man muss jetzt Wandsprung machen. Warum haben wir nicht die ganze Zeit einfach ansprungen? Ja, wir können doch... Verdammt. Ganz kurzer Cut. Moment. Moment. Moment.